Das Jassi habe ich mir hier hoch. Da sind die Pferdeumhänger. Die salgteile vom Hapa. Was schön, ja. Da gibt es ein Speckbier. Das ist echt. Wenn ich könnte es nicht gelaufen, ja. Aber alles andere kann man hier. Ja, danke. Danke. Ja. Ja. Warum? Sascha, mach mal den Lots. Muss ich auf irgendwas achten? Nein, kannst du durchfahren. Fahr mal ein bisschen nach rechts. Gerade. Alles frei. Okay. Was machst du jetzt? Du willst jetzt rückwärts weiterlaufen. Ja. Dick an. Und rum. Wohle ab. Hast du eigentlich einen Hänger für euch ein? Ja. 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 wie gut das die sind Oh, die erste Umfälle. Oh, das ist weg hier. Die Wienwinkel. Hast du hier jetzt noch Stoßen? Da bin ich jetzt noch mal wieder. Und da bin ich raus. Ich habe hier noch zu schfalt. Wo bin ich? Also wo bin ich? Ich kann mich nicht mehr da hin. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr hier. Ist nicht mehr, ich kann mich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr, ich kann es lieber. Und warum so ist, dass ich nicht mehr da bin? Ja, jetzt hier weiter. Das ist kacke. Ihr war heute aber in der Hafen. Das ist ein bisschen zu weniger Scheiße. Das ist kacke. Nein, was soll das? Einmal schlafen gehen. Kann der Bromke vorher mal stehen bleiben? Ja. Danke dir. Danke dir. Mittag. Die Achse wegfährt. Es gibt nicht zu viel Luft. Es gibt nicht Zugleich. Soll ich die Brücke nicht stehen? Ja. Der Brinker beruhigt. Habe ich keinen Alzheimer. Nein, hast du nicht. Ja, das ist sicher ok. Aber kann ich leben. Das ist wunderbar. Ja. Ja. Das ist wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und gleich einschlagen. Jetzt bin ich glaube ich schon wieder fast zu hoch. Nein, nein, nein. Komm so. Ja. Gut so vorbei ist? Ja. Okay. Ja. 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 Ich strebe es nach dem Baum lang. Weil zur Not hält der Bomben den Arsch noch ein bisschen fest. Die Nichts zurück! Kurz zurück. Langt links. Ja, genau, genau. Links, 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 links. Ja, dann passt es gut. Ja. Ja. Hier. Und jetzt langsam, langsam. Klick. Schuhe, 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 schuhe. Er geht nicht. Schuhe, schuhe, schuhe. Das ist normal, danke. Hier mal ein Mann. Klick. Schuhe, schuhe. Ach so, Jungs, es kann gleich was passieren. Was passiert? Ja, hängt's. Das ist so absolut komponente. Fangen wir hier hoch oder fangen wir hier durch? Ja, das ist ja klar, ne? Ja. Ja. Das ist ja hier, wenn ich irgendwo... Weiß ich nicht. Schwerst oder nicht, dann wird es so gespielt. Da ist ja auch nicht hierbei, aber ich hab meinen Haar aufgetaucht. Da rennst du ein kompletter Axel. Ja, die rennst du den Bruch durch. Die wollen aber nicht wieder fallen, ne? Das ist... Da kannst du irgendwie irgendwo... Thomas! Drängel nicht! Ich sowieso nicht. Das geht jemand anderes unter dir weiter möchte. Ja und? Egal! Schieb mich in den Hang runter! Das ist ja auch nicht so weit worden. Das ist ja auch nicht so weit worden. Das am Auto hab ich immer geöffnet. Das ist ja jetzt so riesig. Das ist die Schleppbremse. Ja, ne? Da ist sogar der Hauler rumgekommen. Der Hauler ist dann noch ein bisschen länger. Du musst weiter da drüben bleiben. Dann würdest du auch rüberkommen. Du musst weiter da drüben bleiben. Dann würdest du auch rüberkommen. Da musst du jetzt gucken. Da kommst du sonst nicht rüber. Da musst du ein bisschen mit Schwung. Ganz klein wenig mit Schwung. Ja. Du stehst da an der Seite. Nimm mal den Aster bitte weg. Danke. 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 Na soe. Dass ist die Carro hier von dem Drecksach. puisque Dáezin SB cabal. genau. Genau, ist das Auto schon an sichor direkt ist? Ja, ist es das Auto! Okay. Ich hab überlegt, dass ich mir die Carro an sich kaufe aber, was hat da eigentlich für diesen uploading. 324 oder 336 chev? Was war das? Länger 3 34. Die Federn sind dahinter. Letzten noch. 3,36. 3,24 von der Defender. Okay, na, da passt die bei mir sowieso nicht. Weil die Karo gefällt mir an sich echt sehr gut. Warte mal, ich kann schuhen. Der AMG hat ja für uns On einen. Halt doch mal bitte, kurz, einmal nochmal anschupfen. In die Richtung? Krieg ich selber hin. Mach da mal schöne Fotos. Danke. 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 Ja, überhaupt, oder? Ja, alles, also, du könntest fahren, 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 fahren. Brauch, brauch, ich langweil. Wie fehlt denn jetzt hier? Ich weiß. Verdammt, ich hätte leider rumfahren müssen. Kannst du wieder runter, oder? Ja, das ist auch ein bisschen einfacher. Machst du die Fotos hier für YouTube oder für die Gruppe? Ach, ich habe schon vorhin überlegt, ihr seid wahrscheinlich wirklich alle bei, äh, nicht bei Facebook, sondern bei Spond. Spond, YouTube, äh, Quatsch, äh, WhatsApp. Das letzte Mal habe ich die gnadenlos in den, bei Spond reingeschmissen. Ich frage mich ja gerade, ob ich die da bei, bei, bei WhatsApp reinschmeiße. Kannst du auch machen. Seid ihr alle bei WhatsApp, oder? Ja, die meisten, die größtenteils ja, aber es sind viele auch, viele auch bei Spond, oder woanders. Aber, wenn du den drin machst, dann tun sie die auch in die anderen Portale dann rüber schicken. in den, ...